Ach, so, äh, hallo, Leute, Leute, seid ihr da? Hallo. Hi. Hallo. Bereit für unser alltägliches Chickenfest? Chickenfest! Ja, man, Chickenfest! Werft die Eier in den Himmel und lasst uns feiern. Chickenfest! Ja, man. Ich hab keine Eier mehr. Mega nice, mega nice. Hast keine Eier mehr? Ja, bitte. Noch mal ein Stack. Bam. Hey, Leute, hallo. Ähm. Äh, hallo? Hi. Hey. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Keine Ahnung. Äh, hey, das ist, das ist Jonas. Oh, Juhu! Hey, hey, Leute. Was ist los, Mann? Wie geht's? Ja. Ich hab gesehen, ihr habt hier Spaß. Ich dachte, ich komm mal vorbeischauen. Ja, aber ich hab eigentlich noch so ein, ich hab einen Termin bei in Da. Weißt du? Ja. Ja. Ich werd später mit ihr reden. Tschüss. Tschüss. Ja. Ich hab keine Eier mehr. Ich muss, äh, Eier, Chicken, ich muss Eier fürs Chicken fest holen. Ja, ja. Ja. Äh. Hey. Ja, hallo, Jonas. Ähm. Hey. Ja. Ich wollt nochmal vorbeischauen. Ich hab gesehen. Aha. Ihr habt hier richtig Spaß. Ich hab auch viele Eier mitgebracht. Äh, ich hab gerade erst neulich wieder an dich gedacht. So. Und, äh. Ach so? Ja. 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 Was machst du so eigentlich? Ich, ich, ähm, bin eigentlich immer beschäftigt. Ich baue mein Haus und hab so meine eigene Tiere. Okay. Ähm. Ja. Ja, wir, also wir sind hier auch immer sehr beschäftigt, äh. Ja, ich seh's. Ja, ähm. Ihr habt hier richtig schön alles aufgebaut. Ja, genau, genau, genau. Äh, das von, ach so, ich weiß nicht, ob du's mitbekommen hast, das mit Benni, das, äh, also wir haben ein bisschen, ja, sein Zuhause abgetrennt. Das steht übrigens, by the way, zum Verkauf, also wenn du, ne, und so. So viel Geld hab ich nicht. Oh, ja, okay, ist egal. Ähm. Ich wollt halt schauen, wie's euch so geht. Ja, nee, also uns, uns geht's gut, ähm, du, also. Ja, vielleicht kann ich ja mal helfen. Nee, nee, also, muss nicht. Du, du, also, du kannst eigentlich wieder, ähm, wir haben ja echt viel zu Hause. tun, und so. Ja. Aufräumarbeiten und so, sonstiges. Du kannst eigentlich, ja, gehen. Natürlich, ja. 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 Tschüss. Tschüss, dann, ja, ja, tschüss. Ich komm dann mal wieder euch besuchen. Ja, oder auch nicht. Ist er weg? Ja, 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 er ist weg. Okay, okay. Klopf, klopf. Julian, zeig für das tägliche Gebet. Hallo, Paul. Hallo. Oh, der Prophet ist da, hallo. Lass uns beten gehen, mein Freund. Beten gehen, okay, okay, okay. Gehten gehen. Gehten gehen. Gehten gehen. Gehten gehen. Gute Behen. Beten gehen. Ja. Ei, ja. Ah, ich sehe, Katha ist schon da. Das hier, das hier, toll. Aha. Das mögen wir. Ah, schon vorbereitet. Katha ganz früh heute, ne? Guten Morgen, Katha. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Wie geht's dir denn so, Katha? Ah, wir müssen unsere Rüstung ausziehen, oder? Rüstung ausziehen, bitte alle Kleidungsstücke bis auf die normalen Kleidungsstücke abziehen, weil ich möchte euch nicht nackt sehen. Danke. Bitte, betreten Sie die Kapelle. Okay, okay. Hallo, mein lieblingsheiliges Chicken. Julian, Katha, ihr wisst, wofür wir hier sind. Bitte kniet euch auf den Boden hin. Ja, natürlich. Ich bete nun im Namen des heiligen Chicken-Nutzes. Ich segne dich und ich segne dich im Namen des heiligen Chickes. Amen. 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 Eins sieht für dich, eins sieht für dich. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Verbreitet die Chickens, vermehrt sie. Wir können nur das zur Kirche austreten. Kommt, kommt. Dankeschön. Kommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Tag. Danke. Dankeschön. Ihnen auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.